Willkommen zurück zu Elien Reise Lashen und Daniel der Flüchten Ivan hat sich das letzte Mal hier versteckt bei Daniel zu Hause hach, unter dem Tisch das ging gestern, äh, gestern heftig, ja, gestern für euch heftig umher hier hat es nur irgendwas aufgehoben ja, das ist ein Bauplan, äh, kannst du gleich mal, äh ich hab schon gespeichert, brauchst du gar nicht hier aber wie unfair, man kann gar nicht alle 5 Minuten speichern steht hier, bitte warten was für ein Penner aber da auf dem Tisch steht, glaub ich, noch was rechts oh, Ethanol, ja MP-Mine ist es, glaub ich da links unten ah, mit einer MP-Mine kannst du diese Penner-Arsch, äh, Roboter kaputt machen aber da fehlt da nicht was mhm, warte ich guck grad, ne äh, äh, aber kann man halt nur eine bauen, ne ja äh, detoniert den Aufbau und der folgende Elektronen setzt nicht industrielle Synthetien vorübergehend außer Gefecht und jetzt muss ich, äh mhm, also du kannst die Dinger entweder irgendwo hinsetzen und wenn jemand vorbeiläuft, dann oder wenn's oder du kannst halt werfen, das Scheißteil mhm also mit, du weißt, mit R1 tust du ja hier den ähm genau, und mit L2 tust du den Fokus nebenbei verändern siehste, und da okay oh, flüchte, lauf wohin da war so ein Tunnel-Ding da steht rechts rein, äh wohin, rechts oh, weiß, alle Geschütze sind bereit, was? die fangen doch hier ist nicht das Ballern an strom gehen herstellen oh, da oben rinnt ja noch einen scheiße oh, das ist ja ff, unfair ich glaube, das ist unser erster Tod lauf, du stehst fest oh, der hat hier das Genick gebrochen oh man okay, pass auf mach ruhig aktuellen ich weiß, wo du hin musst in diesem Raum, wo du den Speicherstand hattest pass auf, warte drehe ich direkt um geradeaus zu deiner Linken aha so, und jetzt kannst du diesen dieses EMP-Ding nochmal bauen äh plan ah, nee, das ah ja, das kannst du jetzt sogar auf die Teile werfen die Frage ist, tötet es das, was jetzt haben? ja ist eine EMP, eigentlich müsste es töten ja, wir hatten ja den Planung überlegen ja, wir probieren es mir das Ding auch nicht hast du ihn überhaupt getroffen? na, ne, mir ja, was warst du jetzt da? überleben, solange es geht okay, wir gehen erst mal ich habe den Plan jetzt geholt so, EMP so, jetzt hast du das Ding ja, also du kannst du auch platzieren das bedeutet du kannst den quasi dorthin locken und dann wenn der da reinläuft dann boxt die ihn ganz heftig da steht das Sack, oder? da rechts unter dem Ding nee sah so aus schau mal mit R1 wo du überhaupt hin musst das weiße Ding ist rechts also, dahinter müsstest du ja, dann sammle deinen EMP scheiß da mal wieder mit auf Daniel ganz, ganz konzentriert muss ich hier runter ja, muss aber aufpassen du weißt ja, du hast ja den Sensor du findest schon, wohin du musst ja, ich weiß jetzt gar nicht was meinst du denn hier nach was muss ich mir denn hier richten der Strich der Strich ist dein Ziel du musst da lang, aber dafür müsstest du einen Strom wiederherstellen für den Strom musst du, glaube ich, dahinter allerdings sind Klingenarm oder Klingelalarm oh, der liegt ein Toter nee, ah ja, der ist ja von vorhin ja, aber er muss ja quasi ja wieder dorthin zurück nicht oh, da steht einer so weit kannst du doch gar nicht werfen, oder? also hier unten erst mal lang und dann versuchen annähern und dann ja, 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 wie ein Böse ja, wenn du schaffst, da hinzuwerfen, kann ich gehen ja, werfen einfach am besten einfach ab so, feier oh, jetzt schieß ihn ab oh, das war dann eben jetzt Geben, geh hin und hau zu geh hin, renn juhu, wir haben ihn getötet ich meine, äh, außergewicht gesetzt oh, wö, 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 wö oh, scheiße oh, lauf, lauf weg oh was? das ist aber keine Hilfe oh, das schaffst du nicht lauf, lauf oh, nicht hängen bleiben renn, renne ja, genau, da lang oh, da kannst du nicht lang oh, da hat er die Rückentüte verpasst lauf da hat er nicht sterben versteck dich irgendwo lauf, ja genau, lauf auch zurück und klettert in diesen einen Schacht rein ja, äh, hier, da hoch rechts hoch oh, links klettert da rein links durch ach ja links huh oh ich habe mich da schrien und jetzt darfst du noch mal raus und den verprügeln ja, die Zeit läuft noch hihihi ja, Peter ja, Peter die hier Licht aus ich hier jetzt wieder in den Raum äh ah, du bist jetzt ich weiß gar nicht, wo du bist ich weiß gar nicht, wo du bist warum, da ist ein PC hinter dir und Moment, da links ist so eine Kiste da unten am Boden ja, bin dem Mittelkümmer immer gekommen hier anmelden Riegel, Daniel Riegel mh, privat ist nischt vorrangig gestattet äh, ich glaube, das geht nicht, weil, äh, hier ja, nur, ne, doch hier spricht zu Behörden nicht nicht ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde guck mal, wo du hin musst die sich in ihrem Besuch befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland-Yutani ich glaube, du bist richtig ich geh mal den ja ich glaube, du bist aber von hier gekommen, ne, ne ja doch, da warst du grad, aber geh mal weiter dahin wo, hier? ja, ja schon mal auf deine Karte, ob irgendwas in der Nähe ist oder um die Kamera ja, da scheiße, dass die Kamera so lange hier ist nicht läuft, ist egal das ist vielleicht hier links um die Ecke dieses komische Pult ist aber hinter der schlechten Pulte ob du es bedienen kannst links das Ding ja ne doch da ist was ach schrottlos achst super sind wir vorhin hier von hier sind wir gekommen komm hier raus ich glaub schon ja sogar hier so nee nee wir sind durch den Schacht gekommen auf jeden Fall durch den hier ja durch den sind wir gekommen bin ich jetzt mal durch den anderen sicher ich glaube schon also wenn dann ist hier jetzt einer klar hier ist der Raum ja mit der Abkürzung stimmt verwirrend das heißt hier durch schicht im Schacht da bauen wir nur öfters die Dinger hin und her rein ok dann gibts nur den einen hey hey wo bist du Karte ist hier was nein nach oben müssen wir da wo ich vorhin ein paar Kräuter bin ich bereit hier hinter was sagt die Karte oh du hast wieder ein Team you oh das Lämmchen ist aber auch grell ey ist doch hier wo hinten naja da bist du zwei begegneten bist du in dein Leben gelaufen einen haben wir gekillt einen haben wir gekillt Tatsache was haben wir da noch alles bei uns auf jeden Fall keine EMPs mehr ich frage mich ja auch was dieses V1 bedeutet jetzt glaube ich der Radar V1 ne V1 war dieses äh für die Türen glaube ich da rechts kannst du rein wo musst du hinkommst weiß ich nicht ach nee da ist der eine äh ah ja ja den der nicht in griffen hat oh da war was da liegt der eh ne ja hast du den schon durchsucht ja pass auf wegen hinter dir von links halt nicht dass da ein Penner kommt der ist doch da hinten ne durchsucht den mal oder hast du schon hab ich schon der hat nicht schon ah ok wir müssen ja da hin ist der hier in den großen Raum drin oh da steht er da unten kannst du rein Hilfe Kater böse Mietse Katze ja eigentlich hier raus ne hier müssen wir irgendwas machen den kriegst du nicht überwältigt du musst da irgendwas machen wo sind zwei Stück gleich aber hier ist der schlechteren Empfang oder stört das Alien quasi den Empfang der ist quasi direkt über dir ne wir müssen halt da vorne irgendwie draußen irgendwas machen ja aber was gucken wir auf die Hauptkarte hier Touchpad wir sind Moment äh Legende drückt mal Dreieck so von Interesse das Ausrufezeichen da müssen wir hin hier da sind wir ja auch gerade ne wir sind doch das weiße ach so das weiße sind wir ja ja wie komme ich denn hier hinter hier muss irgendwas sein ja aber was oh 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 lauf hinter dir renn renn aufzug schnell oh Glück gehabt oh man hey ja pass auf jetzt steht da einer direkt vor der Tür am besten weißt du das keine kugel ja aber das weiße der nicht oh da will ich sagen auf jeden fall ja auf jeden fall neue Gegend erst mal wieder wenn wir gleich die Karte raus holen ein Polo öffnet sich es schaut aber echt wie ein Anus aus ne ja wollen wir da mal reingucken ja bitte nur nur zu da war da war mal schon mal da war mal schon ich glaube ich glaube ich glaube das Alien ist hier irgendwo eine störung taschenlampen statt dass die einfach batterien rein schreiben das schaut echt nicht gesund aus da unten da ist unser war hier da war das scheißvieh grad warum sollen sonst sollte die kacke zappern das ist pieten ja es ist aber nicht nett macht die tue zu von links kommt von links alles links ja auch von der richtung kommt jetzt wieder weg er hätten es alien stopft hier umher macht sich ein spaß daraus dich zu ärgern oder liegt was aber ich habe doch schon mal oder ich weiß es nicht ja nee oder vielleicht kannst du irgendwas ablenken dadurch aber dann muss sie laufen von nach weg falsche richtung hier wollen wir auch schon mal es gibt mehr räume von den hier hatten wir doch hier oh oh ich habe auch gerade trampeln wir müssen hier runter ja kriegst du das fressbett rechts rein oh okay ich würde sagen ich würde sagen ich verstecke mich mal hier im schrank die zeit ist ja schon wieder rum ich bin ja auch schon ganz schön schwitzen gekommen wie ein part sogar einmal gestorben das erste mal so gestorben sind ja aber erst nach so vielen parts ne ja und ja sage vielen dank fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal bei uns wieder heißt alien isolation alles klar ciao